So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen Final Fantasy. Fallout 76 habe ich heute mal, ehrlich gesagt, keinen Bock. So, hallo und herzlich willkommen. Das geht bei WLAN nicht, weil... Bei WLAN... Ja, ganze Woche lang die Blitz ist nicht anhatte. Und ihr das scheiß Update? So lange dauert jetzt ja. Dann müssen wir noch extra hier... Oh, deswegen machen wir jetzt ein bisschen... ...dass ich einen Husten wie so ein Schweinchen, aber es geht nicht anders. Hier sind wir ja stehen geblieben. Kann man die überhaupt betreten? Nein, kann man nicht. Machen die rum. So, Aufgaben. Was haben wir denn hier? Kühnheit auf Rädern? Da kann man noch nicht hin? Becher und Schwefel. Ja, die wollten wir ja machen. Stimmt. Was ist denn das da unten? Sinds auf nach der Heimat? Was ist das? Ach, der. Ach so. Das können wir dann auch machen. Warte mal. Karte. Zurück zum Regalier? Oder müssen wir was essen? Nee, müssen wir was essen. Ich hoffe es. Es ist ein Schnellsturm. Es ist so heiß. Ja. Es ist so heiß. Es ist so heiß. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Es läuft ja auch noch vorbei. Nein. Nein, was essen will ich nicht trinken. Was will ich denn mit trinken? Gerne. Ich serviere so gleich. Mann. Das sieht schmackhaft aus. Komm. Unter. Herzlichen Dank. Beirat uns bald wieder. Jo. Und jetzt gehts los. Juhu. Können wir hier runter? Warte. Haben wir denn noch hier noch Benzin? Automatisches Warenaufgabenziel. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf gehts. 2 3 3 4 4 4 5 4 Was? Mensch! Schon 7 Uhr. Jetzt kommst du noch mal. Schöne mal. Okay. Tja, leider, sorry, aber ich hab heute keine Lust auf Fallout. Ach, das Ziel, dann muss ich gucken, ob ich's abbreche oder nicht, weil ich hab derzeit sehr wenig Zeit, tut mir leid. Sehr, sehr wenig Zeit. Das hätte aber eine gute Ablenkung gewesen, bitte. Danach machen wir die Fotos. Hm, pronto. Das heißt, wie komisch auch hier. Hm, 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 hm. Beim Hinsetzen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ja, ich bin. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. So, da müsste doch eigentlich ein Parkplatz sein, aber da äußere ich mich. So, hier habe ich 60, ich will nix weder, ok, nein, nein, die Musiklein muss ich leider auslassen, das ist aber, wenn dir keiner zuguckt oder keiner einen Follow da lässt, ist auch nicht schlimm. Ich weiß, dass Fantasy 15 ein sehr langes Spiel ist, sehr, sehr lang, genau wie Seven Days to Die ist auch sehr lang, wenn man gut überlebt, aber ich kann es verstehen, wenn dir keiner zuguckt, weil das ist ja Mission zu Mission fahren. Ich habe es schon mal durchgezackt auf Twitch, schlechter als recht, deswegen will ich heute bei diesem Durchlauf ein bisschen mehr, einfach mehr erledigen, als wie da bei dem Durchlauf. Da habe ich wirklich nicht alles. Und das Beste kommt ja zum Schluss. Der ganz große Boss. Und jetzt kann man ja weiterleveln, bis 100... 525? Ich weiß es gar nicht. Wie weit ging es denn vorher? Ich glaube da war es bis... 80, 90 oder so, keine Ahnung. Die Level-Grenze ist ja jetzt höher. Da und raus, komm. Also los, Bewegung. Ah, das ist komplett anders. Was braucht denn der? Was denn? Lass mich in Ruhe. Die kommen zum Schluss dran, ja. Jetzt sind erstmal die ja dran, ja. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Die müssen jetzt da unten stehen. Hm. Hat der keine abgesetzt? Ponto, geht doch mal weg. Und bleib doch nicht einfach stehen. Da hat der Tätik keiner abgestellt. Und zack. Ach, halt, ich bin noch... Hm. Meine Güte. Können ja gleich das Foto mitmachen. Was soll ich gleich nochmal antun? Tut mir leid. Und zweifel. Und... Ends! So, dann machen wir es gleich nochmal. Sehen Sie doch noch der Heimat. Ab da! Mensch! Nee, keine Ahnung! Not my light. Was ist denn los? Das ist Regen, Junge. Und keine Säure. Wie hütten da ein Fotoschießen in den Regen? Tut das weh. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Natürlich ist das nicht normal. Ich bin ziemlich erschöpft. Weichling. Schnauze, 17 Uhr. Hier räume ich auf. Tja. Bin beeindruckend. Jetzt ist es. Schluss mit dem Elend. Du bist raus. Ja. Komm, Junge. Komm, Junge. Komm, Junge. Mach dir um mich keine Sorgen. Kurt? Wenn du weißt... Alter, jetzt lass das doch mal. Du Nop. Ich muss da noch hinrennen. Ich kann noch ein scheiß Hut ummachen. Und dann müssen wir noch nach Hause. Ist das lästig. Klappe zu, Monster-Tot. Hier bin ich. Oh, warte. Geh mir. Hier bin ich. Was? War ein Ausrutscher. Hier, Geschenk für dich. Mh. Können wir jetzt mal Baller. Ist schon 19 Uhr, Mann! Es schreckt du ihn so auf, immer! Oh, Gott. Fotozeit! Hier sind wir fertig. Wenn das nicht mal so lange dauern würde. So lange Ladebildschirm eh. Zack, soo, jetzt kanns mal mal ins Dunkel werden. Richtig. Richtig. Mensch. Richtig. 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 Wie wenig. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist die Ausentscheidung. Willst du nicht langsam nach Hause? Du hast doch morgen Schicht, oder? Habt ihr ein gutes Foto dabei? Ob's gut ist, musst du uns sagen. Oh! Ein schwarz-weiß Bild! Das steigert die Ausdruckskraft dieses nostalgischen Motivs enorm. Vielen Dank für diese tolle Momentaufnahme! Hier, das ist euer Lohn. Das ist großzügig. Nicht doch. Das ist meine Art, euch etwas zu unterstützen. Wir Könige müssen schließlich zusammenhalten, was? Hahaha! Seht in mir bitte einen Verbündeten. Hm. Wo sollen wir einkaufen? Und die für eine Aufgabe. Oh, Kems Noctis! Habt ihr wieder mal Lust, mir ein paar Fotos zu machen? Klar. Worum geht's denn diesmal? Diesmal brauche ich Fotos von einer imperialen Basis. Nicht dein Ernst? Doch! Das Imperium knöpft uns schließlich eine Menge Steuern ab. Die Steuerzahler sollen sehen, wofür ihr Geld verwendet wird. Den Artikel dazu schreibe ich keine Sorge. Ich brauche nur die Fotos dazu. Das wäre ziemlich gefährlich. Also passt gut auf euch auf, hört ihr? Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja. Willst du nicht langsam nach Hause? Du hast doch morgen Schicht, oder? Ach, was? Ich tanze mir die Müdigkeit. Das nächste Foto wird alles übertreffen. Ist ganz schön selbstbewusst. Nicht ohne Grund! So, 0 Uhr. Waffenhändler, komm! Den müssen wir noch machen. Und dann schlafen gehen. Wolltest du das hier? Besten Dank! Weiß ich zu schätzen. Machst du noch eine Aufgabe, oder machen wir das jetzt alles? Die Kautestplatte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Okay. Er hat nichts mehr. 1 Uhr, wenn ich zu spät ins Bett kommen würde. Oh, das ist eine nur Spielfigur. So, ab ins Bettchen, komm! Bleib doch nicht hängen, Junge! So fett bist du doch auch nicht! Wir haben noch ein paar komfortable Zimmer frei. Problem mit der Hitze. Sehr schön. Das da. So macht man das. Ein richtiger Herzensbrecher. Warte, den Nord noch da oben noch geknipst, ey. Pateteeteete. aufgaben kommen wir noch nicht hin wo ist denn das wie weit ist das vier kilometer ok und die zwei kilometer wir essen ganz schnell weil es könnte passieren dass mal angegriffen werden herzlich willkommen da hin lust auf den haben zu essen gut ich bitte um etwas geduld essen fassen hast du informationen herrschen dank behehrt uns bald wieder ab tschuldigung das das können wir so passen abgaben abgaben das abg 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 Ich werde hier ganz nass. Mach zu! Hat sich der Kleine jetzt etwa aufgeriecht oder nass wird? Ich werde hier ganz nass. Okay, wir müssen davor stehen bleiben. Aber mit dem Auto kommen wir ja nicht weiter, weil da so eine komische Absperrung ist. Mieses Wetter. Ach nee, wir müssen trotzdem raus. Angriff von rechts. Das war doch gar nicht. Hier wäre nichts schlecht. Hm. Prompto. Das Foto muss warten. Knoppt! Knoppt! Wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich! Also dann... Ja. 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 Hier! Hier! Was da? Leg los, Fronto! Keine Gnade! Ja schön! Was sein muss, muss sein! Hallo, na! da wären wir also 1 3 1 verschwenden auf und auf tut mir leid beeilen wir uns um was spachteln zu können brillant Kinderleicht das war doch gerade die ersten junge los vorwärts 8 weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's й ne j Na komm, boah. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ich werde sehen, dass ich so viele Aufgaben beende, bevor ich auf das Schiff gehe. Oder bevor mein Auto weg ist. Also, ich habe gesagt, Musik kann ich nicht anmachen wegen YouTube. Die Folgen, äh, die Streams könnt ihr auch auf YouTube angucken. War ja nicht mal ein Tor? War ja nicht immer. War ja nicht immer noch. Könnte jemand mit der Sonne kommen? War ja nicht immer noch. War ja nicht immer noch. Ich glaube, ich muss mal hier rum. Ich habe hier rum. Ich habe hier rum. Ich habe hier rum. Ich habe hier rum. Hm. Ich habe hier rum. 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 Wir machen das Licht. Ich habe hier rum. und kommt ihr alle klar denkst du ja das war's gott ist zum kürzen nach der foto man los das nächste foto wartet schon und lasst nichts liegen okay heute sagen wie weit bin der noch zum tor vorn gleich rechts um dann muss ich mal nach aber jetzt tanken bis dahin reicht es noch keine sorge dann müssen wir natürlich wieder kämpfen moment zweil was ist denn los ich sagte auf meinem kanal hier kommt Final Fantasy 15 kommt auch auf YouTube Assessinien muss ich noch überlegen das neue Huch! Oh, Entschuldigung! Ah, Mann! Ähm Ob ich es weiter mache, weil ich habe es ja schon angefangen und natürlich Fallout 76 Solo also wo ich alleine spiele und dann mit Diramo Live da kommt morgen wieder was mit Diramo Live ja, das ist es das was auf meinen Kanal hier kommt zurzeit und auf YouTube kommt noch was anderes dazu Ah, dazu später mehr sozusagen die Folgen werden jetzt ja auch noch hochgeladen ja, und das was wir jetzt hier aufnehmen heute wird in den nächsten Tagen auch noch hochgeladen das ist im Mai, wo es bis 13 Uhr kommt äh, Fallout 76 Solo wird noch hochgeladen dann könnt ihr auf meinen YouTube-Kanal auch noch gucken da ist die Satzum LP mit Leerzeichen zwischen Satzum und LP Müsst unten und unten auch verlinkt sein der Kanal und wie gesagt, wenn, äh, ihr ganz kostenlos, äh, könnt ihr mir folgen wenn, äh, könnt ihr mir, äh, könnt ihr mir, äh, könnt ihr mir auch, äh, ganz kostenlos ein Abo teilen lassen umается sonst noch gar nichts dass keinen muss so ist es nicht ist kein muss, həh Ich lese ihr altbekannter Gesichter. Danke, dass ihr immer so schön zuguckt. Ihr müsst jetzt nichts schreiben. Ihr könnt einfach weiter zu gucken. Das ist doch... Das war einmal hier. Ah! Finde ich zwar... Unnötig, dass sie es mit Benzin eingebaut haben. Aber es ist ein schönes kleines Gimmick. Hat nicht jedes Spiel, dass man auf Sachen achten muss. Na gut, bei State of Decay 2 muss man nur auf Benzin achten. Stimmt schon. Das muss man alles hat. Leider gibt es das nicht für die PlayStation 4, aber es gibt es auch für die Xbox. Die Xbox One. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Bitte was? Hättest du nicht noch da hochfahren können? Hä? Hä? 1 2 2 nicht die wir scheiß wie eine Fresse vorwärts ja nach hier ein Foto nur ich krieg die Kräser muss das bei jeder Scheiß Basis sein hier wird das nicht wie oft denn noch lassen wir die Waffen sprechen bitte was die 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 Ach, hier ist ja noch einer. Wo kommst du jetzt her? Ja, du kleiner Knob, du. Mein Gott. Himmel, Herrgott, ey. Das ist ja schlimm. Ah, Aufgabe und Ziel. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Nein, das ist eigentlich eine richtig traurige Geschichte hier. Das ist ja. Das ist ja. Also, wir müssen uns auf die Seite schauen. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ah, Licht. Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja, weil Licht müssen wir wenigstens keine Sicher fürchten. Aber was für Licht? Da seid ihr ja. Ein Glück ist euch nichts passiert. Ja, das Foto haben wir auch. Fotos, meinst du? Nicht nur Foto. Alter, das doch nicht. Speyer... Oh, schwarz-weiß. Wurdet ihr etwa angegriffen? Sie hatten keine Chance. Wie vier Muskeltiere, was? Ich bin mittlerweile ein großer Fan von euch geworden. Mein Konzern kämpft jetzt auch gegen das Imperium. Wir Könige holen uns Lucis zurück von ihnen, nicht wahr? Ja. Danke. Hier. Das ist meine letzte Spende für euren Feldzug. Ich hoffe inständig, dass ihr weiter mitkommt. Gebt nicht auf. Die letzte Spende. Genau. Ich spare mir einfach mal die langen Vorreden und komme gleich zum Punkt. Schon mal was von Geisterfotos gehört? Schreibst du jetzt schon Esoterisches? Nein, nein, sowas doch nicht. Es ist was ganz Seriöses. Das berühmte Gemälde Lakshmi, der akkordische Nationalschatz, soll von einem bösen Geist besessen sein. Einem Geist? Unglaublich, nicht wahr? Aber... Ich wittere eine brandheiße Sensation hinter diesem Gerücht. Sollten du und deine Freunde nach Altissia gehen, dann versuch doch bitte ein Foto vom Geist für mich zu machen, ja? Ja, wir müssen da hin. So. Der Penner Park kann morden. Wir schlafen jetzt ein Ründchen. Der Wappenhändler ist fertig. Ich würde euch gerne den Multiplayer zeigen. Das könnte ich ja heute Abend mal gucken. Wenn mein kleiner Fratz pennen muss. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass wir mir andauernd fragen. Das ist halt dein Mund jetzt, Junge. Willkommen, Herr. Sie wünschen ein Zimmer? So. Ich bin jetzt nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Was ist ein Auto? Auch nicht schlecht. Junge. Der wird ja richtig gut. in ordnung es geht doch mal weg junge mit scott träumen und die namen die Faktornadel? Klar, das wäre... Wollen wir nicht? Ah, mach doch hin! Herz wäre... Das wäre... Hab ich doch! Ist doch... Oder? Dann machen wir das doch! So, und du ab! Parkplatz! Hamad! Die Motor-Klinge, die wird dann irgendwann mal stärker als wie... Alle anderen, eine ultimative Klinge... Haben... So... Woher kommt man denn da überhaupt hin, Jägerzentrum? Ich liebe diesen Laden! So viel Auto-Zubehör! Für den Technik-Freak wie dich sicher toll! Hä? Kommt! Lasst uns shoppen! Auf geht's! Tanken! Bitte! Danke! Nacht! Komm schon! So! Fertig! Saubere Arbeit, was? Hä? Die ist ja witzig! Der Tank ist wieder voll! Hä? Halt! Da sitzt ja der alte Mann! So, hast du noch irgendwas? Krächtig! Ich zauber euch was Schönes draus! Okay! Fkamm! So! Kaktornadel! Der Bioblaster! Dinamo! 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 Ähm! Ah! Imperiale Basen! Meine Fresse! Himmelsphäre! Da hab ich ja nicht immer... ...ein Fußboden getroppt! Sag mal, komm mal da überhaupt hin! Bis nebenaufgabe! Hm! Da kann man nicht hin, Ma! Da muss man selbst dahin fahren! Da ist ja ein Backplatz hier! Der Stallum-Blockade! Wie hinst du da drinnen essen? Ach, du bist es wieder! Was kann ich für euch tun? Gern! Sehr wohl! Satt gegessen? Sehr schön! So! Geh mal weg! Pronto! Der Stallum-Blockade! Der Stallum-Blockade! Der Stallum-Blockade! Der Stallum-Blockade! Tomatisches Fahren-Parkplatz! Der Stallum-Blockade! Der Stallum-Blockade! Der Stallum! Der Stallum-Blockade! Kann man da hinten hin? Nee, da müssen wir uns aber hinfahren. Ja. Ich werde mal gucken. Man kann noch einen Wegpunkt setzen, oder? Und den kann noch Dings abfahren. Ist das nicht so? Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. Was ist das? 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 Okay. Wie steht man denn? Schwierig. Ich will nur den Punkt da haben. Okay. Okay. Jetzt eben das mal hinten drinnen. Vor allem, da freut sich gar nicht ein Stück. Jetzt sind wir richtig. Jetzt einfach der Straße folgen. Dann ist Feierabend für heute. So, jetzt haben wir den Parkplatz. So, jetzt haben wir noch dabei. Die Bergwitte so. Oh Gott, riesen Vieh. Da ist ein Kilometer. Hübsche Landschaft. Schöner als das schönste Foto. Nächste Straße gesperrt. Das ist nur entdecken. Die können wir mal hin und her reisen. So, jetzt schöner. So. So, jetzt ist es. Ich überlege, ob ich eigentlich irgendwo hinhoste. Raus mit euch! Nockt. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Hallo, ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Okay. Achso. Ihr habt wirklich einen Riecher dafür, wenn eine Dame in Schwierigkeiten steckt. Hier, kümmert euch drum und zwar möglichst schnell. Ach ja. Nockt. Willst du dir das mal ansehen? Was denn? Wo ist er denn? Was denn? Wo ist er denn? Da oben. Wo ist der? Wo ist er denn? Wo blüten da. Ach. 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 Ach, deswegen riech ich jetzt hier rin. Und da. So, Jungs und Mädels, das war's. Leute, ich gucke mal, ob ich euch vielleicht irgendwo hinhosten kann, wenn ihr das möchtet, natürlich. Ja, wir hören uns morgen mit Fallout 76 natürlich. Ähm. Ähm, hosten, hosten, hosten. So, bestellt mal schöne Grüße bei Kampfgex. Raut rein. Und tschüss. Raut rein. Raut rein. Raut rein. Raut rein. Raut rein. Raut rein.